hallo jetzt auch ein kleines statement zum thema corona krise wie geht es mir so weit ganz gut arbeiten und dann wieder zu hause möglichst nur das nötigste einkaufen und die zeit abwarten was mich so ein bisschen nervt sind die leute die am schimpfen sind auf die politik die dann eher sagen und das ist einsperren und verstehe ich gar nicht die politiker glaube ich versuchen schon dafür zu sorgen dass wir in dieser die dass wir diese krise glaube ich gut überstehen und sehe das nicht so als als einsperren also ich finde das genürgel ist ziemlich groß eigentlich soll es ja dafür dienen dass es uns denke ich mal gut geht in der zeit und ja dass die ansteckungsgefahr nicht so groß ist und die leute sollten wir eher gechillter bleiben man kann viele sachen zu hause legen die mal liegen geblieben sind und ich finde was machen wir wenn die zeit vorbei ist ich denke mal ein paar tage schön zu hause verbringen nein quatsch versuchen ob ich wieder unter die leute zu kommen wieder leute besuchen ich denke mal das würde dann wieder okay gehen bis dahin bleibt gesund bleibt zu hause und tschüssi